Hallo und Hallo, Sven hier. Heute darf ich euch eine absolute Premiere vorstellen und zwar die Icebean W50, eine Lab Laser Taschenlampe mit sage und schreibe 4000 Meter Reichweite. Das ganze hat einen stolzen Preis von 2300 Euro. Wir würden das Produkt auch nicht an Privatleute verkaufen, wir würden das nur an Firmen und Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben anbieten können. Da bitte ich um Verständnis drum. Vielen lieben Dank an die Firma Icebean, die unseren Namen hier verewigt hat. Home Flashlights, sieht ganz schick aus. Zur Funktion, einfache Sache, ihr schaltet das Ganze einfach hier ein. Ihr habt einen mechanischen Zoom, ihr könnt hier den Lichtkegel größer und hier kleiner machen und wie bei der X50 auch, wir können das Ganze hier mechanisch verriegeln. Den Lüfter kennt man von der X70. Wir gehen auch mit dem Ding raus und machen Bilder, die wir euch auch nicht vorhin halten. Bis dann, ich grüße euch, euer Sven, ciao. Ja, leider wird es halt gar nichts, einfach zu viel regeln hier. Man sieht es nicht wirklich gut. Von daher müssen wir das Videoaufnahmen abgenommen verschinden. It's not just, es wird es nicht wirklich gut. enter.nl DERN WDR 2 WDR 3 WDR 3 WDR 3 Untertitelung des ZDF, 2020